ja herzlich willkommen mal wieder zum neuen video ihr habt es gerade gesehen im schwenk ich schwenke euch noch mal ein hänger mit allerlei gerümpel drauf und zwar haben jetzt sonntagmorgen ihr seht es an den blättern es ist schon herbst ich fahre jetzt was abholen ich habe eingekauft und das sind eigentlich alles sachen die wir nur brauchen zum verladen muss man mit einem kleinen auto heute fahren weil zwei themen einmal umwelt und einmal sehr enge einfahrt und schweres gerät aber das werden wir schon hinkriegen ist halt immer immer gut wenn man wenn man alles alles selber hat finde ich jetzt persönlich in dem fall habe ich mir vor jahren mal da gab es eigentlich auch ein video fällt mir gerade ein ich habe damals noch in der einfahrt bei uns am grünen bus am t4 die kupplung gewechselt und dazu habe ich mir weil ich den motor ausgebaut habe dazu weil mir das leichter erschien weil in diesem synchro getriebe so eine schraube ist die ich nicht aufgekriegt habe und dann habe ich den motor halt ausgebaut das war dann leichter letztendlich den motoren kran gekauft und jetzt braucht man halt mal wieder zwischendurch habe ich ihn schon mal gebraucht und es dürfte jetzt der dritte oder vierte einsatz sein also geschickt hoffen dass wir es mit dem hinkriegen also wir sehen uns später wieder oder morgen wieder müssen wir müssen wir mal schauen wie das so zeitlich alles vor sich geht und ja bis gleich ja wie ihr jetzt gesehen habt war ich oder nicht gesehen habe war ich mit großen anhängern unterwegs kleines auto große anhänger ist bei uns ja immer ein bisschen dieses thema umwelt zone in stuttgart wenn man nach stuttgart rein will brauchst du halt eine diesel was weiß ich was wo jetzt doch recht häufig wo wir nicht besitzen deshalb müssen wir benzin wir hätten auch hier mit meinem wunderwerk der technik fahren können aber das thema war dabei ist sehr sehr eng und ja mit zum auto bis dann mit anhänger rangieren doch ein bisschen gewandter und ich war im nachhinein auch sehr sehr froh dass ich das auto genommen als zugfahrzeug und nicht diese karre weil wie gesagt es war alles sehr sehr eng es war so ein hinterhof habe leider keine keine bilder oder keine aufnahmen gemacht dann ist natürlich typisch stuttgart im wohngebiet sonntags zweite reihe geparkte einbahnstraßen autos kommen hingegen fahrrad fahrer also das war ja ich war froh ich wieder daheim war so aber jetzt zurück zum thema thema ist zu jeder imkerei oder viele imkereien oder früher war es ja auch viele dass viele imker auch schreiner gelernt haben und es gehört einfach ein bisschen dazu finde ich oder bei vielen dazu bei mir ist es ja so ihr wisst es alle ich bin ja ein bisschen so der der typ der gerne alles selber macht und die maschinen hat und da nicht auf andere angewiesen ist und deshalb auch dieser schritt jetzt dazu zu schreinerei maschinen ich habe schon viel gehabt und ich habe schon viel habt ihr jetzt eine ganze schreinerei praktisch eine professionelle hobby schreinerei gekauft wo alles was da war im wesentlichen gibt aber auch viel wieder ab weil kernstück war für mich einfach die die kreissäge ich zeigte euch gleich kreissäge deshalb weil hatte ich auch schon aber ich wollte einfach ein bisschen mehr weil ich ja die betriebe ist gewachsen und wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen eine neu ausrichtung in diese imkerei wir ja wisst und da stehen paar umbaumaßnahmen an beuten an böten und so weiter an also da soll diesen winter einiges passieren und ja da wollte ich einfach eine ein tick bessere kreissäge und die zeige ich euch jetzt gleich und dann sehen wir uns hier einfach noch mal und unterhalten uns über sinn und unsinn von selber machen und dann sehen wir uns hier im nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr seht, diese Tischkreissäge war schon immer, also nicht dieses Modell, aber eine Säge in dieser Größenordnung war schon lange mein Traum. Haben wir überhaupt schon? War schon lange mein Wunschgedenken, aber es ist halt relativ schwierig, sowas auch zu bekommen. Sie muss ja irgendwo bezahlbar sein und gut in Schuss. Warum ist so eine Tischkreissäge? Ich meine, was ihr relativ viel ja auch seht bei eBay Kleinanzeigen, heißt ja nicht mehr eBay Kleinanzeigen, weil Kleinanzeigen. Oder auch bei sonstigen Maschinenverkäufern sind ja so Formatkreissägen. Formatkreissäge ist ja gefühlt viermal so groß. Muss irgendwo stehen. Brauche ich ja auch nicht. Ich wollte bewusst so eine kleine kompakte Säge, aber eben halt eine, die Gewicht hat, die genau ist, die schön läuft. Zu so einer Säge gehört ja meiner Meinung nach, oder wollte ich haben, gehört ja auch ein Abstauggerät. Das ist ja klar, den Kompressor seht ihr, da klopft sich der Filter einfach immer sauber. Ist eigentlich auch eine ganze andere Nummer, wie diese Geräte, wie ich bisher auch hatte. Wo funktionieren diese günstigen Geräte für 150 Euro oder sowas bei eBay, wo auch funktionieren. Wo beim Sägen vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung haben, aber wenn du hobelst, ist ja so ein günstiges Gerät, bist ja nur am Sack wechseln oder Sackauslärm. Ich bin eigentlich dazu übergegangen, dass ich dann gesagt habe, okay, hobeln machen wir ohne Absaugung und kehren einfach danach. Und dann kommst du auch ein bisschen vom Fleck. Auf jeden Fall war diese Kombination, finde ich jetzt halt für mich super cool. Kann ich alles machen, was ich will. Das ist ja auch ein ganz anderes Arbeiten. Natürlich auch ein teures Arbeiten, weil diese Anschaffungskosten sind natürlich schon auch gebraucht deutlich höher, wie jetzt so eine Säge, wie ich bisher habe. Ich blende euch da mal ein Bild ein. Wie gesagt, wenn sie noch da ist, die gebe ich ab. Unten habt ihr den Link. Mit der habe ich, weiß ich jetzt nicht, ich schaffe ja nicht so viel an der Kreissäge oder habe auch nicht so viel an der Kreissäge geschafft, weil das jetzt ja schon eine Säge ist, wo du viel machen kannst. Aber klar, da musst du einen immer aufbauen. Ich habe die jetzt auch nicht so hingestellt gehabt, dass ich da praktisch ohne Umbauten daran arbeiten kann. Das ist so der erste Fehler. Und dann kommt halt so etwas raus, wie ich es euch noch gezeigt habe oder gleich zeige. Ich weiß nicht, warum ich das Video schneide. Draußen mit diesen Kästen, wo ich auf Kunschorum gebaut habe. Da nimmst du halt die Handkreissäge oder die Kettensäge oder was weiß ich. Aber jetzt so in dieser Kombination, in dieser Ecke jetzt hier, da kann die ja eigentlich ganz gut stehen. Man kann die auch relativ einfach verrutschen. Und da macht es gleich doppelt so viel Spaß. Vor allem, wenn jetzt auch die kalte Jahreszeit kommt. Ihr seht es da hinten, da haben wir ein Radio. Und dann nimmt man noch einen Kaffee mit und dann ist die Welt doch in Ordnung. Ich habe euch jetzt mal hier so ein bisschen so einen Einblick gebracht, was wir noch klären müssten, ist so ein bisschen, wo die Richtung hingeht, wohin unsere Imkerei umgebaut wird. Aber das machen wir in einem der nächsten Videos. Da unterhalten wir uns dann mal drüber. Wird es kein ganz radikaler Schnitt, sondern wird so peu a peu. Man muss ja auch immer schauen, ob die Gedanken und Ziele, wo man verfolgt, ob das auch so funktioniert. Kurz in eigener Sache. Keine Sorge, das Video geht sofort weiter. Wenn es euch gefällt, lasst mir einfach gerne einen Daumen nach oben da. Und jetzt geht es auch schon weiter. Ja, jetzt habt ihr das da gesehen. Ich denke, da kann man ganz zufrieden sein. Meine alte Tischkreissäge, Formatkreissäge, ich weiß nicht, wie das alles da heißt, wie da die richtige Beschreibung ist. Also auch mit Schiebeschlitten und alles, wo ich auch sehr zufrieden war. Aber wie gesagt, weil ich ja relativ viel vorhabe, wollte ich da ein bisschen Upgrade haben. Verkaufe ich, habe ich unten einen Link in der Videobeschreibung bei Kleinanzeigen. Also wenn sie noch da ist, könnt ihr da unten einfach nachschauen. Gutes Teil, aber wie gesagt, ich wollte mehr. Jetzt zum Thema. Sagen viele von euch, wow, cool, selber machen. Viele von euch werden sagen, hey, kauft doch einfach alles. Ist ein ganz schwieriges Thema. Also ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe ja auch mal Beuten selber gebaut. Das hat sich damals für mich aber nur gelohnt. Da habe ich, glaube ich, 200 Stück oder 150 Stück, ich weiß es nicht mehr. Nur gelohnt, weil ich über einen Kumpel von einem Kumpel wirklich zu einem ganz guten Preis an das Holz gekommen bin. Da habe ich mir die gebaut und muss da sagen, damals war ich noch jünger, hatte, die Imkerei war kleiner. Man war so nach dem Studium auch weniger Geld. Damals war das schon ein Thema, wo ich gesagt habe, okay, das lohnt sich. Mittlerweile muss ich sagen, ist es für mich schwierig, wirtschaftlich sinnvoll, komplette Beuten selber zu bauen. Also mit Holzeinkauf, Schraubeneinkauf oder Zargen. Da tue ich mich schon schwer. Wo ich jetzt sehe, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da eure Meinung dazu ist. Klar muss man unterscheiden. Wenn ich Lust habe am Schreinern, an Holzwerkstätten und das für mich zur Imkerei dazugehört, dann ist es natürlich auch mit einem gewissen Hobbyfaktor zu bewerten. Wenn man es jetzt nur wirtschaftlich sieht, tue ich mich da halt schwer. Wo ich jetzt für mich den Sinn an der ganzen Sache einfach sehe, sind Umbauten, sind Modifikationen, sind vielleicht auch Sachen, die du so nicht von der Stange bekommst. Und das kann ich mir da, oder habe ich mir schon immer eigentlich selber gemacht. Es sind ja meine Böden, würde ich mittlerweile auch vielleicht anders machen, aber meine Böden sind so wie ich, die mir erträumt haben, habe ich mittlerweile auch vielleicht ein bisschen andere Träume. Aber das stellt sich jetzt auch nicht so einfach ohne große Not um. Funktioniert ja erst mal und funktioniert ja auch recht gut. Aber so ist ein bisschen so mein Gedanke, wo ich sage, okay, diese Umbauten, Modifikationen, auch mal eine Kleinserie, für die Königin suchten irgendwelche Leichten. Also klein brauche ich ja dann schon auch wieder mehr wie eins. Aber ihr wisst, wie ich meine. Und das ist einfach der Grund, wo ich die Wirtschaftlichkeit bei der Eigenmechanisierung sehe. Klar muss man Lust drauf haben, man muss sich da auch reinfuchsen, man muss das auch wollen. Ich mache es halt lieber selber, weil dann kann ich es machen, wann ich es will, wie ich es will und muss nicht irgendwo hinfahren, das in Auftrag geben. Gibt es ja auch Firmen, wo da auch so klein sehen für einen Fertigen, ohne Zweifel. Aber ich muss das besprechen, muss das zeichnen, muss warten, bis das kommt. Und wenn ich die Zeit rechne, habe ich es halt auch selber gemacht, sage ich jetzt so. Ja, so ist da meine Meinung. Aber wie gesagt, lasst uns das gerne in den Kommentaren nochmal aufgreifen. Da wäre ich auch ein Thema, um mal mit dem Michael Graze drüber zu reden, wie das so der Beutenmarkt ist. Aber das schieben wir mal einfach mal nach hinten. Wir werden ihn sicherlich bald wiedersehen, aber weiß ich jetzt nicht, ob das Beutenthema da schon relevant ist. Gut. Was ihr auch seht im Hintergrund, ist ein großer Gerümpelhaufen. Müssen wir auch noch raufräumen. Jetzt kommt ja so die Zeit, wo das eine oder andere gemacht wird, was liegen geblieben ist. Hier ist ja auch so eine tolle Sache von mir. Dürft ihr euch nicht wundern, habe ich alte Zanderzargen auf Kunsthoch rumgebaut. Und da stand im Prinzip die Kunstwärme zum Einlogieren schon vor der Tür. Und dann musste man das hier irgendwie machen mit Zwischenleisten. Das sind Zwischenleisten, die habe ich vor unzähligen Zeiten mal gebaut, glaube ich, um bei der Dant von dem niederen Boden auf den hohen Boden zu kommen. Da meine ich mich zu erinnern. Da hatte ich auf jeden Fall dann das Zander drauf. Und hier so hingespaxt wie provisorisch. Dann haben wir hier hinten... So, ja, jetzt hatte ich kurz Besuch. Ihr habt es im Hintergrund gesehen. Mein Vater ist durchs Bild gefahren. Jetzt ist es ein bisschen kälter geworden, ein bisschen später. Jetzt beenden wir das Video. Ich habe Hunger. Ich gehe jetzt heim zum Essen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, ciao.